Ich weiss, wie du das filmst. Ich komme gleich auf. Jetzt habe ich eine sehr lustige Sprache. Das Argoviafest steht vor der Tür. Wir haben besucht aus Finnland, nämlich Alma. Sie steht auch auf der Argoviafestbühne. Wir haben gedacht, wenn jemand aus Finnland kommt, sollten wir uns mit ein paar Sätzen unterhalten können. Darum habe ich mir eine Finisch-Lehrerin zugegeben. Und zwar Johanna Maja. Willkommen. Hallo Johanna. Vielen Dank. Vielen Dank. Elitera, willkommen zum Finisch-Unterricht. Ich habe dir ein paar Sätze vorbereitet, so dass du mit Alma sprechen kannst. Also, wenn du Alma triffst, kannst du dann zuerst sagen, zum Beispiel, dass Alma, schön bist du mit dabei am Argoviafest. Und das wäre auf Finnisch, dass Alma, schön bist du mit dabei am Argoviafest. Jetzt kannst du versuchen. Jaa. Alma, schön, dass du mit dabei am Argoviafestbühne bist. Sehr gut. Sehr gut. Betonung auf der ersten Silbe ist wichtig. Also Alma, Mahtava, Etta, Ot, Mukana, Argovia, Juhlasa. Dann kannst du sagen, dass, Hallo Alma, wie geht es dir? Und auf Finnisch wäre es, Moi Alma, Mitagulu. Okay. Moi Alma, Mitagulu. Sehr gut. Und dann kann man antworten. Vielleicht antwortet Alma, oder dann fragt Alma das, mir geht es gut, danke und dir. Und dann kannst du sagen, dass, also mir geht es sehr gut, danke wäre. Mulle Kulu, Tosi Hüvää, Kiitos. Mulle Kulu, Tosi Hüvää, Kiitos. Sehr gut. Tosi Hüvää. Und am Schluss, Moika ist Tschüss. Moika. Ja, nur so. Und vielen Dank. Was heisst du? Gidos Balion. Gidos Balion, Johanna. Danke schön. Danke dir. Das war schön.